Wie tausche ich die Mähmesser? Ganz einfach, mit einem Schraubendreher. Die Mähklingen halten etwa ein bis zwei Monate lang, bevor sie gegen neue ausgetauscht werden sollten. Abhängig ist die Lebensdauer von der Mähhäufigkeit sowie der Bodenbeschaffenheit im Garten. Werden sie mit der Zeit stumpf, können sie einfach ausgetauscht werden. Hierfür werden die alten Klingen ab- und die neuen angeschraubt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017